Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren ÖPNV News Folge. Nächste Woche ist schon wieder Ostern, grandios wie die Zeit hier verrennt. Wir haben unsere News vollgepackt mit Informationen, deswegen wir legen direkt nach dem Spot los. Düsseldorf erscheint jetzt kommende Woche am Dienstag und hier gab es wohl einige Rückfragen von der Community zwecks des Covid-19 und hier hat man ganz klar Stellung bezogen. Und zwar so heißt es, es wird kein Covid-19-Chrono-Event zum Start von Düsseldorf geben. Covid-19 beschäftigt aktuell uns alle und so schön der Wunsch nach Realität es auch aus der Community schreit, so haben wir uns im Sinne des Produkts und des Releases entschieden, Düsseldorf ohne Covid-19-Update in den Release zu bringen. Wir wollen Düsseldorf zum Start von einer normalen Seite zeigen mit unglaublich viel Verkehr, vielen Falschparkern und vielen Fahrgästen. Ein Covid-19-Release würde nicht nur die erste Tür sperren, sondern auch gleich alle drei anderen Punkte beschneiden und eine leere Buslinie mit nur einer Handvoll Fahrgästen leeren Straßen machen schlichtweg keinen Spaß. Ich würde auch freundlich die Freeware-Moder aus Respekt diese Entscheidung für Düsseldorf zu respektieren. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, macht natürlich absolut Sinn, wenn man das Ganze in einem Payware-Add-On will man natürlich das volle Programm zeigen. Wir bleiben aber bei Omsi, es geht direkt weiter und zwar handelt es sich aus dem Add-On Bad Hügelsdorf. Da gibt es ein paar Informationen, auch könnt ihr jetzt auf der Seite von Harley können euch das neue Cover angucken, so in etwa könnte das Ganze aussehen. Es gibt insgesamt neun Linien der Verkehrsbetriebe Bad Hügelsdorf VBBH und der Subunternehmers Eurobus, gilt es zu befahren, davon sind zwei Nachtlinien. Die Strecke variieren in der Fahrzeit von 20 bis 50 Minuten, viele touristische Attraktionen wie zum Beispiel der Badische Dinopark, das Panzermuseum oder der Regionalflugplatz bringen zahlreiche Fahrgäste und sorgen so für regelmäßige Sonderfahrten. Als Bus für Würde ein MAN-ÜA20 und ein MAN-ÜL A26 gewählt, weil sie den Wechsel von Stadt auf das Land ideal bewältigen können. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung, da gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Bilder, könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Aber so wie es ausschaut, sind sie in den letzten Testphasen, von daher kann dieses Add-On nicht mehr allzu lange dauern. OMSI 2 Add-On Studio Polygon 400 MMC Pack ist ein weiterer britischer Bus, der jetzt in OMSI 2 Einzug erhält. Dieses ganze Paket, ja, hat natürlich viele verschiedene Varianten, das ist auch nicht der erste DLC, der bereits jetzt veröffentlicht wurde. wird auch in Zukunft noch viele Variationen bekommen, inklusive London, eine Hybrid-Variante, eine deutsche Variante wird es geben. Jetzt ist natürlich die Frage, macht es natürlich Sinn, jetzt so britische Busse zu kaufen, wenn es die Strecken nicht gibt? Wenn man ganz genau sucht, findet man bei Google und Co. schöne Strecken. Wir sind aktuell auf der Karte Yorkshire unterwegs und wir müssen ganz ehrlich sagen, das ist eine wundervolle Karte. Die lohnt sich richtig. Ob man dafür jetzt natürlich den Busse kaufen möchte für jeweils 10 Euro, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber dieser Bus sieht eigentlich schon sehr, sehr schön aus. Wir freuen uns auf den Bus. Mal gucken, wann es soweit ist. Einen Release-Termin gibt es hier noch nicht. Wir bleiben gleich bei Studio Polygon. Auch hier gab es eine kleine Veränderung. Das OMSI Add-On Master Light Pack wird jetzt Studio Polygon Light Pack jetzt genannt. Es gab ein großes Update und die Entwickler sind irgendwie verschiedene Wege gegangen. Deswegen hat man sich hier für einen neuen Namen entschieden. Ein neues Repaint und sowas. Das ist komplett kostenlos. Alle, die das Master Light Pack sich auf Steam gekauft haben, bekommen das Studio Polygon Light Pack natürlich kostenlos installiert. Weiter geht es mit dem Tourist Bus Simulator. Hier gab es ein neues Update. Update 7 ist jetzt veröffentlicht worden. In diesem Update wechseln wir auf eine neue Version der Unreal Engine 4 um. Bitte erstellt vor dem Update Sicherheitskopien eurer Speicherstände, da diese danach nicht mehr abwärtskompatibel mit Update 6 sein werden. Und wir haben die Leistung etwas verbessert und die finale Vorbereitung für einen neuen DLC durchgeführt, welche bald verfügbar sein wird. Hier handelt es sich natürlich auch schon um einen kleinen Bus. Den sieht man auch schon auf Steam. Den kann man sich sogar schon makern. Also wenn ihr da mal wieder so ein bisschen einen kleinen Bus rumfahren wollt, dann schaut mal bei Steam direkt mal vorbei. Aber nicht nur der Tourist Bus Simulator hat ein Update bekommen, sondern auch gleich noch der Fairbus Simulator schmeißt ein Update. Und zwar Update 24. Mal abgesehen davon, dass wir Flensburg im Norden Deutschlands hinzugefügt haben. Und der aktive Gang jetzt in der Minimap zu sehen ist, haben wir natürlich auch jede Menge Fehler behoben. Vor allem diese ganzen wildwuchernden Bäume. Distanzfeeds geben den Spielen nun mehr Kontrast. Und natürlich haben uns auch immer wieder Legs und Performance gekümmert. Also hier ist man natürlich weiterhin an dem Fernbus Simulator dran, das Ganze natürlich weiterhin zu optimieren. Transimworld 2020 können wir auch wieder einen weiteren DLC an. Und ist ja nicht so, dass jetzt von kurzem erst einer erschienen ist. Nein, jetzt gibt es natürlich die BR204, die jetzt ja angekündigt worden ist. Beim Release, dass Erdons Main Spessert waren, waren nicht elektrifizierte Streckenabschnitte, Industrieanschlüsse bei Lohr am Main und der Aschaffenburger Hafen enthalten. Die mit dem im Strecken Erdons enthaltene E-Lok natürlich nicht befahren werden konnten. Das wird nun mit der Rangier-Lok der Baureihe 204 möglich gemacht, also möglich sein. Die Baureihe 204 ist auch bekannt als V100 Osten und wurde in der ehemaligen DDR für den Einsatz vor leichten und mittelschweren Güterzügen entwickelt. Nach der Wende kamen die Loks dieser Baureihe auch immer öfter in die alten Bundesländer und kommen bis in die heutige Zeit hinein zum Einsatz. In Transimworld soll die Lok für Rangierarbeiten in den Güterbahnhöfen und für die Bedienung der umgenannten Anschlüsse eingesetzt werden. Weil dieser ganze DLC erscheint, ist bis dato noch nicht bekannt. Und sobald es hier neue Informationen gibt, werden wir euch das selbstverständlich zukommen lassen. Ein neues Video vom Busmechanik-Simulator, das ist jetzt auf Facebook erschienen und das wollen wir euch zeigen. Der Busmechanik-Simulator ist ein Simulator von Wizz Games, der in Zusammenarbeit das Ganze jetzt gebaut wird, erstellt wird. Und hier handelt es sich nicht um Bus fahren, sondern um Busse reparieren. So wie man es natürlich schon von dem Car-Mechanik-Simulator kennt, ist es natürlich aber jetzt nicht mit Autos, sondern mit Bussen in verschiedensten Varianten. Wir haben hier Gelenkbusse, wir haben hier Solobusse, wir haben sogar Doppeldeckerbusse und mit einem klassischen BVG-Repaint. Das alles erfahrt ihr hier in diesem kleinen Trailer. Den Link packe ich euch selbstverständlich unten in die Videobeschreibung rein. Wie das Ganze nachher aussieht, wie viele Teile enthalten sein werden und so weiter und so fort, das ist noch nicht bekannt, aber sobald da die neuen Infos kommen, zumal auch der Release-Termin noch kein da ist, also noch kein Release-Termin da ist, schön gedeutscht. Und ja, werden wir euch natürlich dementsprechend auch auf dem Laufenden halten. Und jetzt geht es los mit Lotus. Ja, Lotus hat einen Trailer veröffentlicht, also nicht Lotus, sondern das Add-on Tram Düsseldorf hat jetzt ein kleines Video, was heißt klein, 10 Minuten das Ganze, jetzt veröffentlicht und stellt natürlich das neue DEC für den Lotus-Simulator vor, Tram Düsseldorf. Hier gab es auch ein bisschen Text dazu, was ich euch jetzt hier gleich mal vorlesen werde und zwar ist es die Preispolitik, die hier auf jeden Fall sehr interessant ist und für den einen oder anderen vielleicht, ja, für euch schon mal ganz interessant sein dürfte. Das Ganze soll im zweiten Quartal 2020 herauskommen und zwar in der ersten Phase. Ich lese das Ganze vor, so wie wir das hier aus dem Lotus-Simulator-Forum rausgeholt haben. In der ersten Phase des Early Access wird diese Erweiterung 34,99 Euro kosten, das im obigen Spoiler als Phase 1 bezeichnet. Hier wird eine Strecke, hier wird eine Linie und schon Fahrzeuge in der Phase 1 beschrieben. Mit Abschluss der ersten Phase und Wechsel in die zweite Phase steigt der Preis auf 39,99 Euro. Dann enthält das Add-On die vollständige fertige Linie 76, das im obigen Spoiler als Phase 2 bezeichnet. Mit der Fertigstellung des Add-Ons in der dritten Phase steigt der Preis auf 49,99 Euro. Das Add-On enthält dann drei Linien, 40 Kilometer Strecke und etliche Fahrzeuge. Das heißt, in jeder Phase ist alles enthalten, was davor veröffentlicht wurde. Wer das Add-On im Early Access für 34,99 Euro kauft, enthält den gleichen Umfang wie jemand, der es erst nach Fertigstellung für 49,99 Euro kauft. Also das ist doch schon mal ein ganz schöner Preis. 50 Euro, muss man natürlich jetzt mal abwägen, wie viel ist drin, wie viel steckt wirklich drin. Das kann man jetzt natürlich nicht absehen. Ihr könnt aber natürlich immer mal wieder in den Live-Screen vorbeischauen, wo das Ganze natürlich gebaut wird. Ja, guckt einfach mal und dann könnt ihr euch natürlich von der Qualität euch selbst überzeugen. Das Ganze, was man jetzt hier natürlich im Trailer sieht, sieht natürlich fantastisch aus und zeigt eigentlich, wie stark Lotus eigentlich ist, wenn natürlich richtig, richtig dran hart geknüppelt wird. Wir freuen uns natürlich auf das Add-On, werden euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald es hier neue Informationen gibt, wann hier ein Release-Termin verfügbar ist und so weiter. Denn wie gesagt, ja, schaut hier einfach mal in den ÖPNV-News mit vorbei. Und damit kommen wir nun zu einem weiteren Lotus-Artikel. Und zwar sucht man jetzt aktuell einen Scriptor oder mehrere Scriptor für das NF6, für die Straßenbahn NF6, die bei uns auf dem Discord ja nun öfter mal immer gepostet wird. Ich suche einen Scriptor, der den NF6 scripten würde. Momentan wird das Modell fertiggestellt inklusive Texturen. Sounds werden bereits aufgenommen, bitte um dringende Rückmeldungen. Teilen ist natürlich hier sehr erwünscht und diese, wie gesagt, könnt ihr euch direkt beim Entwickler melden oder bei uns einfach im Discord schreiben, wenn ihr Bock habt, an einem Projekt mitzuarbeiten. Denn, wie gesagt, einfach vorbeikommen. Es ist ein weiterer Bus, ja, aufgetaucht im Lotus-Forum. Und zwar handelt es sich hier um den MAN NG 313. Das Ganze wird gebaut aktuell von einem Cedric. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an den Bus aus dem OMSI-Forum. Da ich mal was anderes machen wollte, habe ich den NG 313 für Lotus recycelt. Konkretes Vorbild habe ich erstmal über Bord geworfen. Ich möchte vorerst mit dem, was ich sowieso schon habe, was zusammenzimmern. Da basiert das Ganze auch auf einen Open-Source-Skripten vom, ja, DL. Also das Ganze findet ihr natürlich weiterhin in dem OMSI-Forum. Den Link packe ich euch unten rein. Da gibt es natürlich noch weitere Bilder. Aber einen schönen MAN, warum eigentlich nicht? Bleiben wir bei Lotus. Und hier gab es ein neues Update. Und zwar auf der Karte Fiktaminga. Ja, ein sehr großes Update, muss man dazu sagen, welches jetzt auch den Multiplayer jetzt beinhaltet. Auf der Linie 17 und 19 könnt ihr jetzt zusammen mit Freunden fahren. Es wurden natürlich weitere Stücke zusammengebaut. Wir haben uns das Ganze natürlich im Let's Play angeschaut und kommt natürlich jetzt auch im Laufe der Woche bei uns im Let's Play. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber wenn ihr es nicht abwarten wollt, ladet euch die Karte Fiktaminga runter und fahrt das Ganze zusammen mit Freunden. Das hat echt Spaß gemacht. Jetzt kommen wir aber zur allerallerletzten News. Und zwar hat Humble Bundle aktuell wieder einen kleinen Sale gestartet von Astragon Entertainment. Hier gibt es richtig Rabatt, wenn ihr da ein bisschen was zuschlagen wollt. Wie zum Beispiel den Bussimulator, Transroad, Bausimulator oder so weiter. Denn schaut vorbei. Allerdings ist das Ganze nur noch begrenzt verfügbar. Ich glaube, Montagabend oder Dienstagabend ist das Ganze schon wieder zu Ende. Also wenn ihr jetzt noch was haben wollt, irgendein DLC für den Bussimulator, dann solltet ihr direkt mal auf Humble Bundle vorbeischauen. Den Link packen wir euch selbstverständlich unten in die Videobeschreibung mit rein. Und somit endet denn auch schon unsere News. Alles abgearbeitet, was so diese Woche passiert ist. Und ja, wir werden trotzdem auch nächste Woche Sonntag dabei sein. Auch wenn Ostern ist, lassen wir uns das nicht nehmen, dass die ÖPNV News hier selbstverständlich trotzdem erscheint. Also wenn euch die News gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis dahin, weiter zocken. Tschüss. Bis dahin, weiter zocken. Tschüss.